Zutaten für 6 Bars, 2 Tassen Kokosflocken, 100 Gramm Kokosmus, Klammer auf Rohkostqualität, Klammer zu, 11 Zweiteltassen Datteln, 1,5 Tasse Cashews, alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und zerkleinern, bis eine teigartige Konsistenz entsteht, Klammer auf, ca. 6 bis 8 Minuten, Klammer zu. Teig in eine rechteckige Form drücken, so dass die Oberfläche glatt ist und die Teigschicht eine Dicke von 2 cm hat. Anschließend für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.